. . . . . . . . Mir fehlt gerade der Text. Mir auch nicht. Ich habe total überlegt, wie fängt die zweite an. Genau, your faith was strong. Perfekt. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Halleluja, 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 Halleluja. Das ist ja die Stelle, wo, wenn ich das richtig höre, wo die Frau ihn, das ist ja aus dem Alten Testament irgendwo, so eine Geschichte auf den Stuhl setzt und die Haare abschneidet, weil er dadurch seine Macht verliert. Also im übertragenen Sinne ist die zweite Strophe die, wo es zwei Meinungen gibt, aber die nebeneinander eigentlich existieren sollten, aber er verzweifelt ja letztendlich dran. Und diese Verzweiflung, die können wir da schon hören, wenn du hoch gehst. Da-di, 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 da-di. Aber dieser Bruch dann auch wieder in das, wenn es runter geht, ne? Ja. Das ist Halleluja. Genau, weil, weil, versuchst du das mal hinzukriegen, dieses da-di, 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 da-di. Hey, 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 hey Your faith was strong but you needed proof. You saw her bathing on the roof Her beauty in the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chair She broke your throne, she cut your hair And from your lips she drew the hallelujah Halleluja, hallelujah Halleluja Cool, oder? Chris, wie war das so, wenn du unterwegs warst? Ich finde ja immer, also Technik ist das eine, also so ein bisschen Singen lernen, Technik und so, aber letztendlich, wenn es einen berührt, dann... Emotionen. Emotionen ist, finde ich, auch eines der großen Themen. Ich weiß noch, als ich draußen auf den Straßen war und einfach Leute gefragt habe, ob sie singen wollen, und das Interessante ist, sicherlich waren die technisch nicht alle perfekt, aber in dem Moment, wenn ein Mensch Musik spürt, dann kommt auch was rüber. Emotionen auslösen, Geschichten erzählen und Erinnerungen wecken. Ja, das schafft eine Stimme oder ein guter Song in nur drei Minuten. Nun, die Geschichte zu meinem persönlichen Halleluja-Moment begann erst mal, naja, sagen wir, mit ein paar Berührungsängsten. Sag mal, wie ist es bei dir? Bist du Sänger auch? Nee, nicht wirklich, also... Aber du singst. Wollen wir mal zusammen? Komm, wir singen jetzt mal zusammen. Oh Gott. Können wir mal was hören? Nein. Na, komm. Nein, Emotionen, du wirst es auch nicht wollen. Ich weiß. Sing mal was. Sing mal was. Sing mal was. Und was ist das beste Mittel gegen so ein Singlampenfieber? Na klar, erst einmal andere singen lassen. Sing mal was. Sing mal was. I've heard there was a secret chord. The day when I played and I'm pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? She tied you to her kitchen jam. She broke your phone, she cut your hair. And from your lips she drew her. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt bin ich da. Halleluja, Halleluja. Bei dir haben sich jetzt allerdings die Schultern bewegt. Du bist total angespannt. Aber mit dem richtigen technischen Background und all der Inspiration. durchwachtes Lager bin ich. Ja, also wenn mich heute jemand fragen würde, dann... Also Bock hätte ich schon. Oh, Chris, willst du mal alleine? Ah. Ach komm. Ich zieh mich da noch ein bisschen. Ach komm. Clara, gib mir mal die Startrampe. Sing mal die erste und du singst Halleluja. Ich bin mit. Komm. Ich habe gehört, dass es eine bombshellte Bord war, die David gespielt hat, und es hat das Gott gebetet. Aber du bist nicht wirklich interessiert für Musik, ist es, warum du immer so gut schätzt? Ja, es geht so. Like this, the 4th, the 5th, the 9th of all, the major lift, the love and king, come out sing Halleluja. 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 Ja, sag ich doch. Überwindung macht den Meister. Hey, I love it. Das ist auch so eine Sache, die liebe ich am Singen. Dieses Gemeinsamsein. Also ich bin ja im Chor und auch wenn wir dann keine Auftritte haben oder keine Probe, wir setzen uns einfach hin und singen zusammen. Und genau das, also dieses Singen vor allem auch gemeinsam, das macht so glücklich, finde ich. Also ich bin die ganze Zeit am Lächeln, weil ich habe total Spaß. Das Schöne ist, wir haben ja alle immer so unsere verschiedenen Leben und wenn Leute zusammen Musik machen und zusammen singen, dann ist das so, auf einmal treffen sich die Wellen. Selbstsingen ist doch die beste Medizin. Hey, und wenn ich das kann, kannst du das auch. Denn eigentlich kann jeder singen. Probier's aus, fang einfach an. Ja. 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 Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Wow! Wow!